So, Freunde, willkommen! Ja, nachdem irgendwie Siege noch auf Kulon ist, weil es irgendwie eine zweite Hälfte gibt, steht da so, uhrgeil, ich will gar nichts irgendwie drüber sagen, so. Wir haben die beste Winrate, ja, und wir werden Platz 3, weißt, weil, ja, so, fair wie immer halt, ne, so, siehst du, so, lauter getrimpte Tower, aber keiner nimmt sie halt so und, keine Ahnung, wir haben irgendwie die beste Winrate und haben 5 Tower nur noch, hm. Ja, ich frage mich, wie das geht, ha, so, aber, ja, weil im Siege noch auf Kulon ist, ne, muss ich halt irgendwie was anderes machen und nachdem irgendwie RT auch keine Option ist, weil es irgendwie genauso läuft, wie im Siege gerade so ungefähr, ja, ich hab irgendwie, komm, ich zeige, nein, ha, hoppla, ich bin irgendwie wieder, weiß ich nicht, heute oder so 50 Punkte oder irgendwie so gedroppt, ja. Wo ist denn der, ich glaub, der da warst, ne, so, ah, ich, keine Ahnung, hier, irgendwas, irgendwas, ich weiß nicht, was ich eingestellt hab in meinem Leben, so, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich, ich weiß nicht, ja. Ich weiß schon, ich hab nichts dagegen, ich bin kein schlechter Verlierer oder so, ganz ehrlich nicht, ja, es ist mir scheißegal, wenn er irgendwie besser ist, weil er, weil er es verdient hat, dass er gewinnt, ja, aber. Schauen wir den Fight dann, ja, ich mein. Keine Ahnung, wie oft sind King King die Vioprogged, ja, aber wurscht, ja, wurscht, ja. Da kriegen wir auch mal ein Vioprogged, alles, okay, so, und jetzt, ja, ich mein, 3 gegen 1, ja. Was soll passieren, oder? Segment lebt noch und alles, da, schau, er wird gestunnt, ja. Heal block, attack break, ich mein, das ist eh wohl schon lecker gestunnt, ja. 2 HP und bam, er Vioprogged raus und killt mich, weißt. Und ja, ich glaube, ich hatte irgendwie mit Segment dritten Skill Ready, aber komm, ohne Scheiß, ja. Lass uns machen, ah, scheiß drauf, ist ja wurscht, ja. Und nachher machen wir dann, nein, es wird kein RT-Video, ja, es wird wirklich ein World-Gilber-Video, außer ich verliere jetzt, dann muss ich irgendwie noch eins machen, ja. Ich versuche gerade irgendwie ein G-Li dazu zu kriegen, meine Account zum Umruhnen, hier auf halt Segment, Chandra und und Charlotte Team halt. Ich will es halt nicht selber machen, ich habe da, ich bin da wirklich, das gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin da echt, was das Runen angeht, ich habe einfach, erstens habe ich keinen Bock auf das, ja. Was gar nicht so sehr das Ding ist, aber ich kann es einfach nicht, ja. Ist ganz ehrlich, ich kann es einfach nicht, ja, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich bin da nicht gut drin, es macht auch keinen Spaß, ich habe auch keinen Bock da auf der Zeit zu investieren, ja. Ja. Ich weiß halt nicht, ja. Und das ist halt irgendwie auch so den ganzen Tag hingekommen, ich meine, ich verstehe es, ja. Halt immer Leo, ne. Die Leute picken, die Leute picken Leo. Schau, das ist so ein... Ich könnte einfach so ein Fire Ryu picken, natürlich pickt er ein Tars. Ich habe auch eins. Okay. Irgendwer hätte ich gerade nicht mit dem T-O-Bahn, okay, scheiß drauf, ha. Scheiß. Ich hätte gerade irgendwie nicht mit dem T-O-Bahn gerechnet. Ja, schauen wir mal, ob man, selbst wenn man jetzt irgendwie turn one kriegt, keine Ahnung. Irgendein Tars-Game habe ich halt auch gehabt, ich schwere keine Chance, ich glaube, ich habe noch nie gegen Antares oder so gewonnen, ja. Meine ist jetzt wahrscheinlich gelogen, noch nie, ja, aber... Na komm, Stunman ist ja... Tja, ist ein Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. Triple Slow Debuff, Double Despair Stun, Turn one, weißt du? Ja. Wo ist mein Quads dann? Ja, kille dann einfach gleich Instance Manage Segment, ha. Na gut. Dann wird es entweder ein Fire Ryu Solo oder halt nicht, keine Ahnung, aber ich glaube irgendwie ja nicht, ha. Aber jetzt ist ja komisch. Mayoproc. Das ist ja auch immer so alles landen, so wirklich so, so. Schau, 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 wirklich, wirklich wahnsinnig. Revenge Disperse dann into Proc, into mein Ryu Revenge, nicht einmal oder irgendwas, ja. Ich weiß ja, dass mein Ryu nicht macht. Revenge, hallo? Schau, er landet, er landet in Defense Break, weißt du? Es ist, es ist... Wahnsinn, wir leben noch eh nicht mehr lange, ne? Keine Ahnung, oder? Irgendwie so, 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 warum, warum landen die Gegner immer alles hier? Er turn one. Und weißt du, ich muss echt, ich muss echt... Wirklich, Leute, ich rege mich echt schon zu viel auf. Es ist wirklich so, es ist kein Spaß, dass ich echt so so Brustschmerzen manchmal hab. Es ist kein Spaß, ja. Aber wie? Turn one. Double Disperse dann. Äh, weiß wirklich so, what the fuck, einfach nur. Wirst zerstört von einem Amduat, so, weißt du? What the fuck, macht nix, die Unit, ja. Aber okay. Ganz ehrlich, ich miss, miss, irgendwie... Siege, ich will, ich will es nicht irgendwie zu viel spoilern. Siege gestern war irgendwie ziemlich kacke so. Ähm, ich war irgendwie ziemlich angepisst, weil ich halt urlang in der Arbeit war, irgendwie nix gegessen hab, hundemüde war und Siege war dann, ja, ich sag nur Vioprox, ja. Weil was anderes ist eh nicht, ja. Und, und, ich weiß nicht, es zieht sich irgendwie so, so, keine Ahnung, es zieht sich einfach irgendwie so durch, irgendwie. I don't know. Ich fand wahrscheinlich eh Daphnis, ne. Und Jemaya, Sirius, okay. Grid Red Lead. Riese Josephine, ha. Man, man, Daphnis. Resist. Nein. Jesus, er hat aber nicht genug Schaden. Na gut. So, lande bitte Defense Breaks. Nice. Stunman, Theo, ha. Schau, wie er es fast, schau. Mein Gott, Alter. Weißt du, ich mein, hat es eh nicht bekommen, aber... Wieso kann man das nicht einfach einmal... Schau, Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Stunman, ich komm. Stunman, ich. Komm, du willst noch gewinnen, ha. Jesus, Herr. Jetzt dann. Okay. Bitte propk nicht. Danke. So, wie greedy bin ich, ha. Übelst greedy, ich weiß, aber... Hat sich gelohnt, ha. Na, wo ist der Viopro, ha? Wahnsinn, Alter. Jetzt wieder Passifold ready, ne? Irgendwelche scheiß Debuffs, ha? Na, ich stun mich, ha. Ouch. Ich hasse dieses Mist, vier, da wirklich. Und jetzt kriegen wir mal einen Stun, Alter, den keine Sub braucht. Weißt du, wirklich? Und, Stun again? Gott sei Dank. Hast du bestimmt wieder gesehen, okay, mein Tableau, das hat auch gepflockt, ja? Aber, warum mache ich eigentlich schon wieder weiter, ha? Jetzt sollte Siege ein World-Kill-Uhr-Video werden. Wieso blocken die immer so viel, weißt du, wirklich? Ich muss nachher noch schauen. Letztes. Eins, eins muss ich dir nämlich noch zeigen. Okay. Was machen wir jetzt, ha? Ja, was soll ich da machen, hier? Das ist... Ich kann halt nichts machen. Okay, wir waren ein Last-Pick. Er pickt sich irgendwie in eine Wasser-Unit, ne? Schau mal, mein Feuer-Manke. Ich bin gespannt, ja? Ich habe ihn ein paar Mal irgendwie gepickt. Zweimal oder so, glaube ich, bis jetzt, ja? Nie irgendwas. Nicht Revenge, nicht Gevioprockt. Gar nichts. Ich habe ihm sogar ein bisschen Accuracy gegeben. Wegen zweiten Skill und so, ja? Keine Ahnung, was er für Artefakte halt hat, ne? Gar nicht so übel, würde ich sagen, irgendwie. Damage halt logischerweise. Ha, wäre rad. Er wird wahrscheinlich eine von den Feuer-Units da bannen, ne? Wahrscheinlich ein Monkey, oder? Er wird uns halt trotzdem out-speeden. Er wird unsere Sonja one-shotten. Danach wieder wahrscheinlich auf Tableau gehen. Dann meine Sonja wird wahrscheinlich zu Nix kommen. Prinzipiell klar. Oh, Wahnsinn. Er hat mal was ihm macht. Okay, lass Oliver resetten. Bitte resiste nicht, ha? Okay, insane, ha? So. Resist. Oh mein Gott, Monkey, ha? Zweite Revenge. So ein Majo Pop-Walby gewesen. Max Accuracy und soviel er resisten ist gar nicht mehr dabei gewesen. Aber okay, egal. Komm, Monkey, Proc MR. Ha! Warum nicht, ha? Weil wir sie eh schon gewonnen haben, oder? Schau's dir an, wir leben immer noch, ha? Reset den Typen da. Jesus, 30k, ha? Ha! Ist eh wurscht, ha? Das Problem ist auch, was ich einfach so oft hab, ja? Man, ich weiß, eh, ja. Ja, aber die Procs, die ich irgendwie... Man, mit Tableau muss ich ehrlich zugeben. Tableau hat mich echt schon ein paar Mal irgendwie rausgerissen. Ja, so, so. So ehrlich bin ich auch, ja. Das ist aber... Die Procs meistens, die ich irgendwie bekomme, sind so useless. Ich weiß halt nicht. Was der? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der war irgendwie auch lustig. Man, lustig für ihn, ja. Und Tarras, glaube ich, hat grüßen lassen, oder so. Ich glaube, irgendwie... Das Ding ist wirklich... Gegnerisch an Tarras ist einfach OP. Siehst du, der Proc da, ja? Schau, alle Defense Breaks oben. Theo wäre da einfach gerade durchgefahren, aber nein. Und selbst da würde ich immer noch sagen, ja? Und bam, er progt noch einmal. Und da war ich eh schon angefressen, ja? Lass noch eins machen. Weil irgendwo waren... Na, den haben wir uns vorher angeschaut. Ich weiß nicht, leider, wo er jetzt irgendwie ist. Irgendein Marsha Game, aber wie gesagt, ich weiß einfach... Da haben wir auch gewonnen. Deutschen haben auch zerstört. Den haben wir uns halt angeschaut. Und was der da? Keine Ahnung. Irgendwo einfach total übertrieben, die... Aber ich weiß nicht, ob es der jetzt irgendwie war. Das Ding ist halt eh, falls es irgendwie der da nicht war. Drei Marsha Vioprocs halt hintereinander halten. Also drei Runden, drei Vioprocs von Marsha. Und das Ding ist ja auch, was ja wahrscheinlich viele gar nicht so wissen, irgendwie. Wenn du einmal einen Vioprocs kriegst, verringert sich deine Chance um 5%. Und wenn du dann nochmal einen Vioprocs kriegst, dann noch einmal. Bis der Gegner mal irgendwie einen Vioprocs kriegt halt, ne? Also es ist ja nicht irgendwie dreimal hintereinander 32%. Ja? Ich glaube, der war es irgendwie nicht, ja? Weil der One-Shotter uns die... Er muss halt natürlich, es ist ja so, so Defense Break landen und alles. Er glanzt auch nicht und alles. Aber das war nicht irgendwie der Fight, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob der nicht irgendwie schon zu lange... Ich glaube, der ist schon zu lange her. Lass uns irgendwie noch eins machen. Aber ich schwere, ich mache irgendwie noch Kill, oah? Das Ding ist wirklich so. Ich würde gar nicht mehr so sagen... Ich meine... Ich bin nicht zufrieden mit den Runen, die ich habe. Ganz ehrlich, für das Team halt, ja? Bin ich wirklich nicht, ja? Und, und... Ja, ab und zu missplay ich auch irgendwie und alles. Kein Ding, so weißt? Wirklich, es ist ja... Aber wie viele ich schon verloren habe, irgendwie... Wegen Vioprocs und so einen Scheiß, ja? Keine Ahnung. Vor allem, wenn wir diese wirklich so... Diese drei Vioprocs hintereinander oder irgendwie so. Ja, oder halt irgendwie so aus Stun-Raus-Procken und so, ja? Ich meine, das Stun-Raus-Prock hat mir bei Tablo auch schon irgendwie den Arsch gerettet, ja? Ganz ehrlich, weiß ich eh. Ich gebe das ja auch zu und alles, ja? Das ist ja... So. Was machen wir da irgendwie noch, hm? Hm... Da hätte ich so gerne irgendwie ne Dings, ne... Ne Swift-Segment. Keine Ahnung, ich picke einfach ihn. Ist jetzt irgendwie nicht so der geilste Pic. Ich fand mein Scheiße, Scheer-Series. Aber jetzt kriegt er halt Turn-One, ne? Weil halt meine Segment halt auf Despair halt ist, ne? Nicht auf Swift halt irgendwie. Das ist halt, ja... Hab so überlegt, ob ich nicht irgendwie Yon-Hong... Ich hasse halt einfach Vanessa irgendwie, keine Ahnung. Ich hasse nicht so sehr Vanessa, ich weiß nicht warum, ja, aber... Das ist halt leider so. Nice. Triple Provoke into Wild Pro K. Revenge, hallo? Natürlich klappt sich halt, ne? Er fokuste jemand, Monkey. Der ist eh schon useless. Das ist eh wurscht, komm. War eh wurscht. Hat er mich eh outgepickt. War eh easy win für ihn. Was? I don't know, oder was? Das ist so... Vanessa gibt mir so einen Sack irgendwie... Das ist so eine beschissene, schlechte Drecks-Unit. Vanessa ist so schlecht, ja? Es ist eh nur wegen dem Speed-Lead. Niemand würde Vanessa picken, wenn sie nicht den Speed-Lead hätte. Niemand. Ich wollte halt weder Fairy King noch Oliver halt irgendwie picken, ne? Gekommen, Alter. Jetzt kommen die alle wieder mit diesen Scheiß-Kombos da an. Was soll ich jetzt machen? Weißt du, was soll ich... Das ist halt echt so... Was soll ich da jetzt groß machen? Ohne Spaß. Das ist halt... Das ist halt einfach für einen Arsch, ja? Ich will auch irgendwie gar nicht... Keine Ahnung. Also entweder irgendwie Gilly, Gilly... Findet da irgendwie Zeit oder so und rerunt halt irgendwie. Ich mein... Er kriegt eh was von mir gesponsert, aber... Ich mein, die Season ist irgendwie in der Woche vorbei halt, ne? Ich mein... So... Das Ding ist halt... Ich banne... Ich banne seine F-Nom, weil es sonst kriegt er weder Turn-1, ne? Ich brauche halt trotzdem irgendwie ein Scheiß-Speed-Lead. Das Ding ist auch so die neue Drecks-Unit irgendwie, keine Ahnung. So der neue Wasser oder der neue Fire-Ryu halt in Wasser, ne? Ich banne meine Säcke mit, ne? Naja, ist vielleicht eher nicht der schlechteste Picker oder der schlechteste Bann. Das Problem ist, da ist einfach, das ist urscheiße. Mein... Mein Ferry King kommt halt nicht dran, ne? Mein Ferry King ist langsam als fucking Tableau, halt. Und... So... Er war ja Procter... Er war ja Procter-1. Ist eh klar. Weiß was? Jesus, ha? Was für ein Lucky Bustard bin ich grad, ha? Kill mich doch! Macht dir da keinen Schaden, ne? Ding ist halt, wir killen auch nicht wirklich was, ne? Oh, Tableau! Komme, noch einer! Weil zugeil gewesen wäre, wenn ein Ferry King gestorben wäre. Nur das Problem ist halt jetzt Oliver. Okay, wenn ich jetzt mit meinem Ferry King... Oh mein Gott, ey. Du revanchst mich, oder? Warum nicht? Ich schwörte... Jetzt revanchst er mich, ne? Jo. Keine Ahnung, wie genau der funktioniert. Aber jetzt weiß ich's. He he he. Äh... Einfach behindert. So. Jetzt macht er wieder nicht genug Schaden. Oh mein Gott. Aber ich eh gewusst, ne? Egal was ich grade check, irgendwie sind's behindert. Okay, kill ihn. Okay, kill ihn. Wunser finisht Oliver. So. So. Jetzt killt er mich, ne? Nein, jetzt killt er mich wieder nicht. Wie unlucky kann man sein? Schau, OP. Mein neues Strength Team, ha? Habe ich jetzt auch endlich gebaut, damit ich nicht geflamed werde, wie schlecht meine... Meine Dungeon Teams sind. Als ob's irgendeinen Unterschied macht, he? Ich fahr mehr als... Keine Ahnung, wie viel... Wie viele andere und... Und hab trotzdem nix davon. Irgendwann... Irgendwann kann ich's mir eh nicht mehr leisten. Oh ne Scheiße. Da müssen wir irgendwie was machen. Ich schwäche... Ich will gar keine... Ich brauch gar keine Dinge mehr. Keine... Ich will nicht sowas picken, ha? Hm. Er bannt eh Leo, ne? Da war er zumindestens. Wenn ich seine Vanessa bannen würde, würde man Turn 1 bekommen. Ich hab keine Ahnung, ob jetzt irgendwie Tablo geil ist. Ich picke ihn halt trotzdem. Ha! Das Problem ist, was mache ich jetzt mit ihm, ha? Gar nix. Gar nix. Aber wer weiß, vielleicht... Ich muss halt irgendwie diese Wasser-Units halt killen, aber das wird halt nicht so einfach werden. So. Wow. Max aggressieren, wir landen zwei Debuffs, ha? Unglaublich gut, ha? Und wie immer reicht's halt nicht, ne? Oh, ein Tablo. War da auch nicht so wild, der überlebt. Das weiß ich. Ich schwäme, mein Tablo hat echt... Wirklich, also mein Tablo hat ein echt mega OP-Set, ja? Das ist das Einzige. So, du gehst... Oh, warum? Er geht eben halt auf mein Review. 14k. Und er via-prockt halt schon wieder. Und schau, schau, ich mein... Er hätt's eh gewonnen, ja? Ist eh scheißegal. Aber was? Via-prockt es schon wieder? Back-to-back und außen-Stunner. Und schau, schau. Ist das normal? Was war das jetzt für eine Chance? Du hast irgendwie eine 7%-Chance oder so gehabt, dass du via-prockst. Und er stunt mich jedes Mal. Glancing, Glancing, beide stunnen mich, oder? Wirklich. Er hätt's eh gewonnen. Ist eh scheißegal, ja? Und trotzdem. Was ist das für ein RNG, oder? Wie viele via-prockst hat er bekommen? Er crittert mich mit Glancing. Er stunt mich mit Glancing. Sein Miles, wie oft hat er gevioprockt? Ich weiß, es ist da der Wahnsinn, wirklich. Ich krieg eh gleich ein Herz-Kasperl, ja? Obwohl es mir so scheißegal ist, ja? Es ist wirklich... Eigentlich denke ich mir, ich glaub... Würde ich's nicht irgendwie für YouTube machen, ich würd's kein RT machen, ganz ehrlich. Ich mach das da nicht, das... Es macht... Zu 98% überhaupt keinen Spaß, ja? Es lohnt sich zu 100% überhaupt nicht, ja? Es ist halt eh nur so ein... Einfach halt... RT ist halt so ein Ding, halt einfach so, um halt so zeigen, was man halt quasi erreicht hat, so ungefähr, ja? Das ist das Einzige, was irgendwie RT ist, weil... Ist eh traurig, ja? Es gibt halt überhaupt keine... Keinen Grund irgendwie RT zu machen, ja? Was total beschissen ist. Wieso kriegst... Wieso gibt's keine Crystals am Ende von der Season, ja? Oder irgendwelche Scrolls, was wär so schwer dran, ja? Versteh ich auch nicht ganz, aber okay. Muss ich wahrscheinlich auch nicht. So. Hm. Nein, nicht du. Das sind meine Units, hm? Schau, wie jeder mit Scheiß-Liu immer ankommt. Ist auch schon so nervig. Und ich wette, ich wette und weiß ja nicht was, dass er nix normales jetzt irgendwie pickt. Antares, Diana, irgendwie sowas halt, ja? Er wird kein Fire-Ryu picken, weil er nicht Daphne ist und Oteo halt irgendwie bannen kann, ne? Seine Ernst. Weißt, das ist jetzt auch schon wieder. Wie kommt man auf Wedgert als Last-Picke? Und das Ding ist leider, es ist ein, es ist leider ein guter Pick, ja? Kann ich nicht nix sagen. Es ist leider ein guter Pick. Er wird jetzt, er wird jetzt Turn 1 bekommen, ja? Ich fahr mich nur einfach, wieso, ja? Ich check's nicht, da hat er wirklich mal mal... Ja. Ja, natürlich, ja da. Und ein Vioproc. Was soll ich jetzt machen, ha? So, ist eh schon GG. Ist eh schon GG, ja? Ist eh schon scheißegal, wirklich. Ist eh schon wurscht, ja? Resistant. Ist eh schon... Ist... Ich weiß nicht, Alter, ganz ehrlich. Okay. War ein guter Last-Picke, kann ich nicht sagen. Aber warum, Alter? Ich schwöre bei Gott, Alter. Warum? Warum würdest du bitte Wedgert als Last-Picke picken? Ich check's nicht, Alter. Wirklich so, what the fuck, einfach nur. So, ich muss nachher Schluss machen, nein, wirklich. Es ist, es macht wirklich... Es ist nicht gut für mich. Es macht einfach keinen Spaß. Es nervt mich einfach nur noch alles, ja? Es wäre einfach mal irgendwie geil, wenn, keine Ahnung, hey, Mock wohl wieder gebufft. Was heißt wieder? Wenn er überhaupt einmal irgendwie vernünftig gebufft werden würde, ja? Keine Ahnung, hey. Es ist echt so, ich muss ehrlich sagen, ich bin es auch so, so... Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie G2 war, irgendwie ein paar Mal irgendwie, halt, ne? Mit, mit ehemaligen Team da halt, ne? Aber dann hat halt Comptors entscheiden müssen, sowas wie Hagen und Abelli und alles ins Unendliche zu buffen, halt, ne? Und keine Ahnung, dass ich da echt, echt hartstuck C3 bin gegen solche Leute. Es ist einfach nur bitter. Was ist der, der ist, ich... Kannst ja nichts machen auch, ne? Halt hier... Den fucking Nana grad, ne? Oh scheiß, ich bin ein Idiot, ja? Vielleicht doch nicht. Kill Riley, bitte! Egal. Ich hab vergessen mit Jamaika zum Refreshen, weil ich... Weil ich reden muss und mich nicht konzentriere. Oh, na, es war ja Block, ha? Beschissen ist halt, ja. Nana hat halt einen Stack bekommen, ne? Jesus. Schau, das ist halt wirklich... Die fucking Riley, weißt? Wäre so geil gewesen, wenn es grad gereicht hätte, die zu killen, ne? So, was machen wir, ne? Jamiya killt dann eh. Das war ja praktisch alles. Liker killen, ne? War ein bisschen fail sowieso jetzt von mir, dass ich mit... Mit Jamiya vergessen hab zum Refreshen, ha? So, lass dich irgendwie resetten. Aber trotzdem irgendwie noch... Irgendwie kommen, lass halt noch... Was weiß ich, ha? Da mach ich halt irgendwie... Da mach ich irgendwie zwei Videos draus, ha? Letztes jetzt, ha? Scheiß, Vanessa, ey. Ich schwär, keiner würde dich picken ohne dem Speed Lead. Niemand. Okay, mir... Das Ding ist auch, ich hab einfach... Schau, was er für ein dreckiger Bastard ist. Weißt, Speed Lead und Beißen und dann Leo picken, weißt? Ich weiß eh, ja? Das Problem ist, picke ich jetzt irgendwie so... Fire Ryu. Pick da halt irgendwie eine zweite Wasser Unit zum Schluss, ne? Keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie mach. Ja, Sonja wär nicht zu übel gewesen, ne? Es sei denn natürlich, ich bann nicht Leo, ne? Was ist so, was mir passiert mit diesen ganzen Units, so Kemi und Abelli und alles? Weiß ich, warum, ey? Weißt du so, warum? Einfach nur Wind Monkey, Feuer Monkey, einfach nur dastehen. Nix machen und so einen Scheiß, ja? Max Accuracy, weißt? Max Accuracy. Man! Ja, ein Talo zu langsam, ne? Ja, eh wo ist der? Eh wo ist der? Da weißt du, ich will gar nicht... Siehst? Keine Ahnung, jetzt kann man wieder sagen, Ja, mein scheiß Talo zu langsam, ja, natürlich, Alter, ja. Ja. Aber da ist schon wieder die Hurenstayern auf 15%. Ja. Was soll ich machen, wirklich? Das kotzt. So, auch meine Dings, auch meine Sekte, Alter, weißt du? 180 auf Despair, Alter. What the fuck? Und das ist mein schnellstes Despair-Set, Alter, weißt du? 3-2-Play Leute wie Sean B. Haben 10 Speed mehr, weißt du? Übrigens, die... 10 Milliarden Mana haben wir geknackt, ne? Auch nur so, ne? Ich kenne niemanden, der so viel, so viel Mana hat, weil keiner so viel farmt, ja? Ich weiß nicht, wo die Leute alle ihre Runen daherbekommen, ne? Aber, ja. So, ich scheiße eh drauf. So, letzter halt, nur hab ich gesagt. Was soll man da machen, ne? Das ist einfach beschissen. Also, fail einfach, weißt du? Das ist, weil, wenn man fail ging, langsamer ist als Tableau halt, ne? Das ist einfach, einfach fail. Na gut, tschau. Ich hab's eh gewusst, weißt du? Wirklich, Alter, es ist, es ist... Das ist so, wie wenn ich sage, ich fange Schlägereien und dann sage ich, Alter, halt jetzt mich zurück, weißt du? Das krieg ich auf die Fresse, weißt du? Ja, da. Und ich will, ich will nicht so spielen, Alter, weißt du? Ich will nicht so spielen, einfach. Ich will einfach so nicht, nicht. Es ist, es ist so langweilig so zu spielen, es ist so ekelhaft einfach nur, es ist so grauslich, so zu spielen, so wie die Leute das spielen. Ich weiß nicht, ich will das einfach nicht, ja? Da flame ich mich lieber, weiß ich nicht, verliere lieber, bevor ich irgendwie so spielen muss, weißt du? Du weißt wirklich, es ist einfach, bleh. Problem ist halt, ja, was soll ich, was soll ich da machen? Es ist sehr gut für alle, alle möglichen Debuffs auf Juno gelandet, ha? Und ein Stun auch noch, Wahnsinn. Und der macht jetzt auch zweiten Skill, der macht dritten Skill. Okay. Kill. Resistance, halt den Dings. Stun nicht, mein Fairy King, ha? Kill. Gebiete, stirbt doch, ha? Ha? Ja, wenigstens, dass wir das irgendwie gewinnen können, ha? Stun. Okay, finish. Increase. Mein Ingels bekommen hat Laura gar nichts, gehört nicht nochmal geprockt, ne? Oh, nur Klassiker, nice. Ach, mein Gott. Siehst, selbst wenn ich immer irgendwie ein bisschen Glück habe, kommt einer irgendwie und hat noch mehr Glück, ha? Ja, ist ja, ist ja GG, ne? Wir sehen, was... I don't know. Stunt mich, Alter, weißt du, wirklich, ich scheiß so sehr drauf, ich will gar nicht, ich will gar nicht irgendwie, wirklich, ich weiß nicht. Was, was mache ich, was mache ich so falsch, ohne Spaß, ja? Was, was, keine Ahnung. Ich habe auch gar keine Ahnung, ich will eigentlich, ich bin einfach nur, eigentlich, eigentlich bin ich einfach nur krank, dass ich gerade im Weiten spiele, weil ich habe einfach, ich habe sowieso, ich habe schon keinen Bock gehabt, irgendwie überhaupt, ja? Und wie oft habe ich jetzt schon gesagt, dass das letzte ist, 20 Mal schon oder so, ne? Gar nicht, Oliver, das Ding ist halt, ja... Ich hätte es mal... Oh mein Gott. Schau. Habt ihr alle keine Eier, wirklich? Spiel doch dein Scheiß, du Mungo, Alter. Was pickt die Jemaya F noch, wenn er dann mit Leo ankommt? Wirklich? So, so peinlich ein... Und? So, okay. Wahnsinn. Bin gespannt, was er jetzt macht. Das ist der, irgendwie finde ich, ist er die totale Missgeburt, ja? Aber irgendwie fickt er mich trotzdem, ja? Weil ich muss jetzt, wie, wie kill ich jetzt ein Feuerview? Ich weiß genau, ich kill den Feuerview nicht, ja? Das weiß ich genau, ja? Resisted. Ich meine, ich sehe, wo ist es, ja? Aber dann hätte er wenigstens jetzt refreshen müssen, weißt? So muss er nicht einmal refreshen. Schau, nicht ein Debuff, den hohen Srio, nicht ein Debuff. Wahnsinn. Und das Ding ist, meine Scheiß-Segment hat Attack genau deswegen, genau wegen Feuerviews habe ich meine Segment auf Attack gebaut. Na, funktioniert bei mir einfach nicht, ja? Kill my Scheiß, Sonja, ja, ist eh wurscht. So. War eh klar. Schaut auf den Proc, interessiert mich alles gerade nicht. Ersten Skill und zu 99% landet man keine Attack Break. Schau, sag ich ja, sag ich ja, sag ich ja. Hat es überhaupt geprockt? Nein, gell? Hatte ich es nochmal geprockt, ne? Ja, das war's. Weißt? Das war's, ja? Es ist scheißegal. Ja, bist du einfach... Was? Wirklich, Alter, wirklich. Wahnsinn, Wahnsinn, ja? Hat wieder einmal nichts gemacht, ja? Und hat halt trotzdem gewonnen. Ne? Ich weiß nicht, das fackt mich überhaupt nicht, dass ich sowas verliere, ja? Ich baue meine Scheiß-Sack bei allen anderen. Bei ACOG habe ich es gesehen, bei dem Typen, der mir seine Replays geschickt hat. Ersten Skill. Da ist ja vorher nie ein Problem, Alter, weißt du schon? Schon. 2000 Attack. Hat, glaube ich, nicht einmal geprockt, der Scheiß, ne? Nicht einmal resistet oder irgendwas, wie Glanz oder irgendwas. Hat einfach nicht geprockt, ne? Hm, Spieler, wirklich. Bei mir immer. Ich weiß nicht. So easy. So easy game, ne? Was kommst du jetzt mit Scheiß-Germeyer an, Alter? Bist du krank hier? Keine Ahnung, jetzt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich picken soll. Er pickt jetzt eh Fire Rio oder Antares, ja? Weil ich halt Sonja und Oliver pick. Schau, er pickt auch wieder Leo. Mein Gott, was, was, wie? Ich will gar nicht, Alter. So, ich mach Schluss, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Es interessiert mich nicht mehr. Es ist mir scheißegal, ob jetzt wieder irgendeiner von euch schreibt, warum so salty. Ganz ehrlich, ja, da fickt dich einfach nur, ja? Schaust dir nicht daran, wenn es dir nicht passt, ja? Ist mir auch scheißegal, ob du es einer schreibt, ja? Keine Ahnung. Ich will einfach so nicht spielen, ganz ehrlich. Ich weiß, dass das alte counterpicken ist, ja? Aber ich will einfach so nicht spielen. Wirklich. Ich will einfach nicht, ja? Das ist einfach nur, das ist einfach nur Pussy. Das kann mir auch keiner erzählen, dass das irgendwie Spaß macht, sowas zu spielen, ja? Es fackt mich selber an, wenn ich irgendwie Leo und Ryu pick, ja? Und irgendwie darauf warte, dass man Ryu jedes Mal revenged, ja? Das ist einfach nur schwul, ja? Das ist einfach nur langweilig. Das macht doch einfach wirklich, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Sollen wir jetzt noch Dings? Komm, lass es machen, ey. Mann. Ich muss halt auch noch, ey. Ich muss noch aufbleiben und Scheiß Siege fertig machen, der eh kein, wo es eh keinen Grund irgendwie gibt dafür. Wegen Schwulen, zwei gegen eins schon wieder, die Mongoleute. Komm, lass den da irgendwie machen. Keine Ahnung, wo uns irgendwie outspeedet. Keine Ahnung, wo uns irgendwie outspeedet. Der outspeedet uns sicher. Scheißegal, was ist das da? Was weiß ich, was können wir da machen fix? Mach sowas, wen interessiert's? Und was ist das da unten für eine Scheiße? Was können wir da machen, hä? Keine Ahnung. Jetzt schon nur noch, jetzt schon nur noch abgefressen, ey. Das ist wirklich so, keine Ahnung. Eigentlich sollte ich wirklich mal so eine Pause machen. Irgendwie mit YouTube und irgendwie so Videos recorden. Und überhaupt Summoner so einfach. Das ist so. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht checken sie es dann irgendwie so. Hey, der spielt nicht mehr. Wir müssen immer irgendwie so ein bisschen Glück geben, dass er irgendwie ein paar Rune bekommt. Ich bin ja nur gespannt auf meinen Dings. Auf meinen Weihnachtssummoner-Dings. Da bin ich wirklich gespannt, ob da irgendwas LG-mäßig dabei ist. Ich traue mich eh schon, jetzt nein sagen. So. Können wir dich irgendwie mit Poseidern oder so machen? Keine Ahnung. Es ist mir so wurscht, ob ich da jetzt irgendwie gewinne oder verliere. Das sieht mich eh nicht. Easy outgespeedet. Easy geluschnet. Was ist das für ein Thessarion, huh? Abgesehen von einem toten Thessarion. Easy gekleift. All die Units Rune? Was ist das für ein Thessarion? Faggen, Rune, Mann. Ouch. da kommt der wieser vierten skill von nora strip alles wahnsinn drück auto weil ich habe keinen bock ich kann aber ich hab gar nicht so so ein sammels vor also nicht altzeit tief irgendwie so hat nicht nur was mit sammeln zu tragen so real life geben gibt irgendwie so alles im sack einfach nur lauter hohen kinder auf der welt ganz ehrlich wirklich ich hasse ich möchte eigentlich gar nicht mehr wieso ich möchte da ist wirklich gar nicht mehr raus gehen ich will gar keine leute irgendwie sehen es ist was auf den leuten was was auf der straße wie das so herum läuft ja ich frage mich oft wie diese leute wie überhaupt lebensfähig sind ja wie diese leute die einfachsten dinge ist unsere gesellschaft irgendwie sind für manche leute einfach schon zu viel ja keine ahnung wie diese leute im job oder so haben ja wie die sich in ihrem job oder so anstellen ja wie du wie du solche leute irgendwie als mitarbeiter haben willst ja ich ich keine ahnung freeze eh wulcht oder dann also das ding ist auch ich irgendwie ich weiß gar nicht mehr was ich irgendwie die net 5 miss ich will eigentlich schon gar nicht mehr irgendwie maximilian haben weil er wird eh nur gebannte ja neftis keine ahnung ob irgendwas groß ändern würde ja keine ahnung die die das das schlimm ist eher die liste an units die ich nicht will ist irgendwie ewig lang kann irgendwas wirklich weil ich bin dann irgendwas was halt im final egal ist das interessiert mir was irgendwas oder die nacht hier weiter gibt aber keine ahnung was was hilft ihm was wird mir nacht hier wenn man groß helfen dass ich gesagt boah klar das teil kennt mich na kann julian oder so vielleicht mal so die einzige unit die ich glaube ich wirklich carrying kann die das für eine savannah mit sich gehabt heros alle fünf gewonnen easy ja alle fünf irgendwie halbwegs gekleaft oder vier davon glaube ich so oh neuer bestzeit 25 sekunden beschissen mein ding hat mein mein wie heißt er kyle oder wie er heißt macht zu wenig schaden ist so schlecht einfach so den wollte ich machen vorher oder ich habe keine ahnung ich kliefe einfach alles wo ist das team das team können wir auch lassen warum nicht keine ahnung ich glaube dass man irgendwas davon verlieren werden außer wenn man glück kam aber es ist mir so wurscht nice naja klara muss runen haben klara war aber ich keine ahnung sie hatte zumindest ein will set aber ich glaube sonst hat es irgendwie keine runen ich habe sogar überlegt ob ich nicht irgendwie diese runen packs oder so kauf aber ich wollte eigentlich so zu ding so nice ich wollte eigentlich so zu weihnachten irgendwie keine ahnung irgendwie weil sie nicht crazy all in gehen und halte irgendwie kaufen was dann kommt ja und ihnen halt ein paar mehr wegen wegen sammens sessional aber ganz ehrlich mittlerweile bin ich irgendwie sehr gut mittlerweile bin ich irgendwie so dass ich sage eigentlich eigentlich gar nichts mehr ich weiß nicht ich irgendwie will ich schon gar nichts mehr zusammen investieren sage ich ganz ehrlich ja das ist du verdammter judas hat er wie auf einmal auf meine scheiße liga geht ist das dein ernst mutterfucker wieso prox du schon wieder was ist das art hier oder was mutterfucker wieso mutterfucker wieso mit den blenden kell dot okay provokten seratu als ob warum was erwarte ich auch irgendwie von nora go anix ja da will ich jeden jahr aus bieter außer diese sickle da mal was ist das für eine schriftige kämia scheiße ich kann die blöde ich kann ja die kassandra nicht one shot man ja der komisches ich weiß nicht ob die auf nemesis habe deswegen musiken kong fu girl one shoten weil die one shot man auf jeden fall wie viele menschen auch käme nicht genug scheiße ok ich glaube den verlieren wir auch oder resist na gut chatfire of things es muss wieder wii proggen dieses mistfiech aber gut ist ja ja wii progt freeze man scheiß cookie ich mach schluss ich gehe irgendwie weinen keine ahnung ich weiß nicht das macht irgendwie so keinen spaß irgendwie ich weiß nicht hauptsächlich halt wirklich so dieses dieses rng ist einfach so was mich so extrem stört egal ob sie mal irgendwie bei mir ist oder nicht die ist das für ein scheiß oder ist nicht schlecht ich meine schon zehn milliarden mana ja das schaut irgendwie voll scheiße aus irgendwie das einzige was ich weil leute glauben wahrscheinlich es sind zehn millionen mana oder so nur keine ahnung irgendwie da sieht man es irgendwie nur da sieht man es halt besser keine ahnung was was ich machen halt ich fahre oder ich stehe in der früh auf weckerleute die stadt sammeln es war und ich gehe schlafen und 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 hör auf mit farmen wenn ich schlafen gehe und ich mache kein progress irgendwie ich muss immer noch machen irgendwie ich habe auch kein bock irgendwie diese ganzen wieder diese ganzen legendellen drohnen die ich bekommen habe wieder oder immer noch habe ich nicht fertig damit geworden bin ja ich habe irgendwie ein paar runen irgendwie so gerollt wie mal ziehen aber das ist alles was was werde ich jemals mit der rune machen ja 28 speed das ist die fans das sind alles ich will sagen dass sie irgendwie so schlecht oder so ja wir sind halt ich meine ok du bist du bist schlecht in der bomberung vielleicht einmal so ja aber es sind alles zu wohnen die die mich einfach nicht weiterbringen ja da ich weiß nicht was mit dir ist bist du letztendlich ding letztendlich ohne dreimal in speed gegangen 20 speed wahnsinn ich weiß nicht es würde mich deswegen deswegen wäre ich einfach sogar drauf ja ich möchte einfach wissen wie viele dann schon ranz zum beispiel truweil gemacht hat ja oder 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 irgendwelche anderen typen ja warum warum datenschutz sicher aber gut so ja ich gehe jetzt weinen wäsche aufhängen dann auch die schlafen ja glorreiches world guilty file video glocke video glocke bis zum nächsten mal